HUEÄÄÄÄÄ well no, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog Wir Gucken gerade einen Film Countdown Sie lebt einfach nur noch 7 Minuten Baba sag mein HUEÄÄÄÄ Was geht ab meine Freunde? Wie geht es euch? Mir geht es sehr gut. Dankeschön Freunde, Dankeschön. Auf jeden Fall, wir sind gerade im Auto mit Emosh. Wir gehen nach Darmstadt. Freunde, Corona hat einiges mit mir angestellt. Wirklich einiges. Ich weiß nicht, ob ich Langzeitschäden ertragen werde von Corona, aber ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich an einem Montag Haare schneiden gehe. Mein Friseurtag ist Donnerstag, Freitag oder in besonderen Fällen mal Samstag. Und ich gehe gerade einfach an einem Montag Haare schneiden. Was sagst du dazu? Ich gehe auch erst mal Montag Haare schneiden. Okay, Freunde. Wir gehen jetzt rein. Auf jeden Fall zu dem besten Friseur auf der ganzen Welt. Ich sage immer ganzen. 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 Das ist so voll, dass wir in der Küche warten. Wir dürfen immer nur zwei oder drei Kunden rein. Und da sind gerade welche, die am schneiden sind. Deswegen warten wir kurz hier hinten in der Küche. Freunde, wir sind fertig. Wir sehen so aus. So. Schön. Emre, wie siehst du aus? Zeig mal. Ja. Ja, auch. Ja, du warst schon immer hässlich. Okay, Freunde, bewertet jetzt mein Chat-Herech von 1 bis 10. Wo ist dein Handy? Dezember. Hallo, Abicim, hallo. Hallo. Ja, was ist? Recken. Wir sind da. Wo? Wir gehen jetzt. Na, wir sind Kaufland oder Lidl? Kaufland. Lass mal Lidl, Jube. Wir gehen immer Kaufland. Lass einmal Lidl. Was willst du? Ich gehe nicht Kaufland. Was willst du? Nein. Was? Dings, ja. Ey, Jesus, du bist so hässlich. Zeig mal den Fisch. Zeig mal die Kamera. Man sieht mich, Junge. Was geht das? Was geht das? Was geht das? Ey, bring mir mal irgendwas mit. Was? Irgendwas. Junge, man sieht mich nicht. Ich weiß nicht warum. Zeig mal deine Haare kurz. Nein. Zeig mal die Seiten. Angekommen in meinen Neuwagen. Freunde, wir sind jetzt in Lidl angekommen. Genau, wir brauchen erstmal Cheesecake und Sachen zum Schmücken. Ey, diese Piepen, ich glaube wegen Maske, gell? Ach so. Wegen Leute. Wegen Leute. Schneck diese Maske raus. Oh, Eis. Oh, Magnum. Oh, lecker. Hä, wo ist Cheesecake? Was will der? Freunde, es gab kein Cheesecake. Darum gehen wir jetzt zu Rewe. Freunde, wir haben Cheesecake gefunden. Da, seht ihr das? Käseporen. Käseporen. Stark. Stark, 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 stark. Nein. Guckt euch diese Schlange an. Abo. Wollen wir den Zack-Move machen? Freunde, der Bubu meldet sich auch. Was geht denn ab? Vielleicht bin ich nochmal da, Leute. Wir holen jetzt das Essen. Freunde, ich war duschen. Vergesst uns. Ja, egal. Das interessiert eh keiner. Aber ich war duschen. Freunde, da ist er. Ha, ha, ha. Der kriegst mich auf. Aber ich helfe dir nicht. Der muss das alleine machen. Wow. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was habt ihr euch wissen, was das? He? iPad. iPad? Okay, wir können e-mail 엄청. Wo haben wir deine Brunson. Vergiss so Passwort. Ja, wir müssen das. Nein, ich will ran. Gib mir das einfach. Freunde, wir haben gerade ein Video gedreht. Wir haben Cheesecake gemacht. Wir haben kein Cheesecake gemacht. Cheesecake haben wir gekocht. Wir haben Dings gemacht. Ich zeig's euch einfach. Hat Spaß gemacht? Kann man machen. Bruder, was sagst du dazu? Was denn? Was war die Frage? Ich hab nicht zugehört. Hat Spaß gemacht? Hat sehr viel Spaß gemacht. Denkst du es wird schmecken? Es wird sehr sehr lecker schmecken. Denkst du es wird schmecken? Nein, ich bin ehrlich. Das sieht krank aus. Sieht wirklich sehr lecker aus. Aber ich denke mal, es wird nicht schmecken. Ui, machen die diese TikTok-Ding. Wie sieht's aus? Gut, aber das muss doch eigentlich komplett in Schokolade sein, oder nicht? Der ganze Kuchen? Ja. Das hab ich auch gesehen. Sorry, Profi! Profi! Was machen die? Hey, was machst du? Oi! Digga! Ich bin fast auf eine Schnecke getreten. Digga, was ist los, hä? Ich will nicht, dass die arme Schnecke steht. Digga, kein Bock, dass jemand auf dich tritt, weißt du? Ja, ich tu dich mal hierhin so. Bro, du bist in Sicherheit. Oi! Freunde, was geht? Heute mal wieder Online-Unterricht mit Jussi! Oh, wir haben 9.43 Uhr. Ich muss schon längst reingehen. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich bin natürlich zu hören. Ja. Freunde, wir müssen grad arbeiten. Und ich hab einfach grad kein Blatt und Stift. Darum schreib ich's auf dem Handy auf. So. Krass. Wie viel Prozent schaut ihr auf das Handy? Thema grad bei uns? Äh, schreibt mal in die Kommentare, wie viel Prozent ihr auf das Handy guckt. Sechs Stunden später. Äh, tschüss. Tag. Dafür tanzen wir erst mal. Das war der Beweis, dass ich der coolste, schönste, beste, der beste, beste Schüler bin. Zack. Ihr habt doch gemerkt, wie die mit mir die ganze Zeit geredet hat. Die feiert mich einfach. Ey. Ey, seid ehrlich. Ihr feiert mich alle. Ey, wir machen bisschen Sport zusammen. Okay. Fitness. Freunde. Macht alle mit. Na, ein bisschen mit Lachen. Was ist das für Musik? Ey, mit dieser Musik kann man so gut arbeiten. Happy Birthday, Raffi. Du bist 20 Jahre alt eigentlich geworden, aber bist 1998 geboren. Ich weiß nicht, wie das geht, aber so steht es im Internet. Happy Birthday, Bro. Dein Vater ist stolz auf dich. Dragon. Ich bin stolz auf dich. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Freunde, ich war gerade auf jeden Fall beim Friseur. Zack. Und der Yusuf hat euch was zu sagen, Leute. Hört mal genau zu. Wir haben ein Paket bekommen von... Der Yusuf hat ein Paket bekommen, Freunde. Von, von, äh, Ahans. Ich mach, warte. Ich mach ein bisschen zurück, okay? Du machst, na, ich lese. Okay, von, Ahans. Er hat ein Paket von, Ahans bekommen. Freunde, hier seht ihr das Paket. Für so, dass man das gut sieht. Eins hab ich schon aufgemacht. 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 Eins hab ich schon probiert. Von, Ahans. Probiert es mal. Die erste Jacke. Okay. Auf locker, so draußen rumlaufen, so chillen. Mach die Hand rein. Warte. Nein, Kaputzen ist so gut, gell? Ich seh's nicht. Aber, Freunde, das ist sehr stark die Jacke. Würde ich sogar draußen anziehen. Das sieht man noch drauf. So, auf locker, Hände hier rein, Digga. Wuuu. Okay, die nächste Jacke, komm. Ja. Genau gleich, nur andere Farbe, Freunde. So, was ist hier denn? Wow. 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 Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Okay, Freunde, das ist die Hose. Yusuf, was sagst du? Starke Hose. Freunde, wir warten auf jeden Fall auf Emosh, wenn der jetzt aufsteht. Wir haben, guck mal, wie viele haben wir, Yusuf. Wir haben 14.30 Uhr, Digga. 14.30 Uhr. Wir wollen einkaufen gehen. Wir warten auf den die ganze Zeit. Hoi. Hi, Friends. Wir sind im Auto. Wuuu. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt einkaufen. Wohin so spannend. Junge, warum nervst du? Lern mal zu fahren, Junge. Digga, was lernt? Was lernt ich ab hier, wenn ich darf? Lern zu fahren, Digga. 1 Euro. Der nimmt nur 1 Euro. Ey, wir haben kein 1 Euro Stück. Haben sie vielleicht Kleingeld, können sie uns das klein wechseln? Mein Sohn kann nicht. Perfekt, ich danke. Ähm, was brauchen wir nochmal? Yusuf, links. Würde ich den. Okay. Die haben Lebensmittel hier hinten. Dann Gartenzeug dort, Spielsachen dort und Staubsauger hier. Das ist irgendwie Baumarkt, Lebensmittelgeschäft und, keine Ahnung, Elektrogeschäft gemischt. Spezialisiert euch auf ein Ding und zieht es durch. Das sieht so geil aus, Digga. Aber welche denn? Aha, okay. Wir haben etwas gefunden, Freunde. Wir haben... Oh. Raffaello Eis. Was sagst du zu das? Keine Ahnung. Wow. 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 Seht ihr die, Freunde? Oreo. Wow. Freunde, ich kann mich verwandeln, ich kann mich größer machen. Guckt jetzt. Zack. Jetzt bin ich gleich groß. Du willst du gar keine da? Aha. Wer ist denn da? Komm. Mach mal so einen kranken Move. Oh, Yusuf. Aha. Ich hab deinen Freund gefunden. Digga, der hat eine Baba Kappe. Küssst mal seine Hand, Yusuf. Mubarak. Mubarak. Hier, nimm mal seine Kappe, Digga. Ups. Hey, wer, 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 wer. Das steht mir viel besser. Sag mal. Warte, warte, warte. Guck doch mal. Du bist so hässlich. Hier, du bekommst deine Kappe zurück. Was passiert hier? Fuck. Ich hab den Mic angemacht. Ey, der ist witzig. Schlag mich nicht. Freunde, der Bube denkt, dass der grad redet. Aber ich hab den Mic angemacht. Also hört ihr nur mich? Und der denkt die ganze Zeit, der redet mit euch. Ey, Freunde. Wir wollen so Pommes holen, gell? Aber das war noch im Karton drin. Wir machen diese Karton auf und so. Haben sortiert und so. Ey, was macht ihr? Wir haben für euch einen Job gemacht. Yo. Was sagst du dazu, Embrabe? Ich bin so ein kranker Kameramann. Ey, ich filme so gut. Ich unterhalte euch. Und filme so perfekt. Ey, was will man mehr, ja? Okay, Freunde. Ich zeig euch jetzt den besten Kakao, okay? Die sind ganz okay. Die sind auch ganz okay. Alles ganz okay. Aber der beste Kakao, der ist hier unten. Oh, Digga. Der ist übertrieben süß, Digga. Der ist der süßeste Kakao, den ich immer gesehen habe. Hä, wo? Hier. Wow. Lauf mir. Was ist das? Kuchenzeichen. Oh, von Kinder? Ja, Mann. Sieht echt wild aus. Es schmeckt auch, Baba. Ja, hol doch. Hol du doch. Hä, was geht denn hier ab, Digga? Es geht auf den Liga. Ja. Haferflocken? Es gibt Schokobons mit Krispy. Nein. Kennt ihr diese Schokobons mit so Krispy? Nein. Crunchy Karamell. Wir sind fertig mit dem Einkauf. Wir fahren jetzt nach Hause. Was geht? Ihr habt bestimmt auch schon mitbekommen, wir laden jetzt immer mittwochs und sonntags ein Video hoch. Mittwochs und Sonntags, Freunde. 2 3 4 4 Schlag, Kindlein, schlaf. Oh, ey. Tu mal so, als ob du schläfst, Junge.